Mach's gut, Franz, ältester Mann Österreichs mit 109 Jahren gestorben. Erst im Jänner feierte Franz Wielander aus St. Jorgen bei St. Pölten Geburtstag. Nun ist er am 1. April gestorben. Als Franz Wielander am 21. Jänner 1914 geboren wurde, regierte Kaiser Franz Josef über Österreich-Ungarn. Das Attentat auf Thronfolger Franz Ferdinand sollte fünf Monate später den Ersten Weltkrieg auslösen, im selben Jahr wurde der Panama-Kanal fertiggestellt. In St. Pölten, wo Wielander viele Jahre lang im Ortsteil St. Jorgen leben wird, eröffnete im Hotel Pitner das erste Kino. Zuletzt ging Wielander selbst in die Geschichte Österreichs als ältester Mann des Landes ein. Erst im Jänner hatte er seinen 109. Geburtstag gefeiert. Dieser Meilenstein setzt seine beeindruckenden Lebensgeschichte aber nur die Krone auf. Wielander hat viel eher, aber auch überlebt. Zwei Weltkriege und die Gefangenschaft in Sibirien, aus der er mit nur 44 Kilogramm Körpergewicht heimkehrte. Ein einfaches Leben Er führte ein einfaches Leben, wie er im Jänner 2020 im Kurierinterview erzählte, bald nach der Schule war der Niederösterreicher als Knecht tätig. Eine harte Arbeit, keine einfache Zeit, erinnerte sich der damals 106-Jährige im Gespräch mit Redakteur Johannes Weichhardt. Danach war er Maurer. Bei dem Besuch grassierte gerade die Pandemie, was der Senior aber trotzdem mit Humor nahm, Corona? Kann ich wirklich nicht brauchen. Im Gespräch nach dem Geheimnis seines langen Lebens gefragt, grinste Wielander und meinte dann, ich hatte nur eine Frau in meinem Leben. Mit seiner Gattin Hermine, die im Jahr 2017 starb, war er 77 Jahre lang verheiratet. Auch die Kronjuwelen-Hochzeit für 75 gemeinsame Jahre durfte man feiern. Unzählige welt- und lokalgeschichtliche Ereignisse hat Wielander miterlebt. Nun ist er am 1. April friedlich eingeschlafen und nicht nur St. Bölten trauert um sein ältestes Urgestein. Mögen all diese Stars in Frieden ruhen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlasse bitte ein Like und ein Abo für diesen Kanal. Und schreibe einen freundlichen Satz der Anteilnahme in die Kommentare. Vielen Dank.